Hallo, ich bin Laura Deikemer von DSC Volleyball. Willst du mit mir shoppen gehen? Dann zeig mir, wie gut du das kannst! Lass dir was cooles einfallen und poste deine spektakulärste Tospiel auf die Drehwerk-Facebookseite. Mit etwas Glück gehen wir zusammen für 250 Euro neue Outfits kaufen. Wir sehen uns beim Drehwerk-Spieltag am 21. Februar.